Und weil du recht lieb und gut warst zu mir, Alten, teile ich dir ein Geheimnis mit. Das ist kein gewöhnlicher Apfel, es ist ein magischer Wunschapfel. Ein Wunschapfel? Ja, ein Biss und jeder Wunsch erfüllt sich. Wirklich? Ja, Kindchen, nun wünsch dir was und beiß dann ab. Geh los, geh! Die blöden Viecher-Wolfer, das stimmt. Könntest du nicht brennen? Was sie gar nicht verraten sonst? Vielleicht ist die Königin bei, Schneewittchen? Die Königin? Schneewittchen! Das Herz tötet sie, wir müssen sie retten. Ja, ja, wir müssen sie retten. Sie tötet sie. Was soll man tun? Ja, ja, was soll man tun? Kommt mit! Ja, los! Machst du doch, Biss! Machst du doch! Es muss doch was geben, was dein Herz begehrt. Vielleicht bist du in jemanden geliebt. Ja, es gibt jemand. Ich dachte mir, ich dachte mir. Großmutter kennt doch ein Mädchenherz. Jetzt, nimm den Apfel, Kindchen, und wünsch dir was. Ich wünsch, ich wünsch... Gut so, weiter, weiter. Ach, dass er mich hole und mich auf sein Schloss bringe. Auf dass wir beide glücklich vereint wären. Fein, fein. Nun pass ihn ein. Sonst gilt dein Wunsch nicht mehr. Oh, bewährt mir. Ihr Atem stockt. Ihr Blut gerinnt. Wie schönst du im Blatt. Wie schönst du im Blatt. Ha, 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 ha. Wie schönst du im Blatt. Elias D Glennit ist ganz riesig. Niinig. Ich mache mich. Die Barsche ist nicht aus. Nein beignen. Stop das. Sieht eigentlich nicht além. Darien Deine oder. Sieht hier aber nicht richtig. Ja, wir wollen die Barsche. Ich bin hier! Sie haben mich! Was soll ich tun? Diese verflixten Zwerge! Ich zeig's euch! Ich zeig's euch! Ich zeig's euch! Ich zermalm euch! Passt auf! Ich zeig's euch!